Ja, jetzt? Ja, jetzt sind wir mal vorbei. Aber wenn es wirklich gut, die lauten Flügelschläge, ganz geräuschvoll, wenn es im Kohlkrad unterwegs ist, das hört man schon von Weitem. Ja, Beispiel dafür, wir richten uns immer nach dem Verhalten der Vögel. Bei uns gibt es doch kein fixes Programm, aber jetzt, super Punktlandung, perfekt gemacht. Und vielen Dank für den Applaus, wir Falkner, wir freuen uns über Ihren Applaus, wenn es Ihnen gefällt. Und er hat das Hilfsmittel in der Falkernerei, um so einen Kohl ganz ruhig und stressfrei transportieren zu können. Und er hat sich da schon ganz entspannt Platz genommen, völlig ausgerufen, es hat er übergestiegen. Noch einmal erleichtert, er hat dann mit sich's angenehmer, mit weniger Gewehr und Geschwindigkeit aufzubauen. Und der Pascal ist noch ganz ein junger Wanderfalken, ganz, ganz junger Wanderfalken, mit dem sind wir da noch im Aufbautraining. Das zeigen wir dem Publikum, aber sehr gerne, wie die Arbeit eicher Flieger zu werden. Und in der Natur sind Wanderfalken reine Vogeljäger, die ausschließlich Jagd auf anderes Flurbild machen. Und um in der Falknerei seinen Wanderfalken naturnah zu beschäftigen und zu trainieren, gibt es das B, das Spiel. Das ist die Beuteattrappe, die der Lukas da schon vorbereitet hat und durch die Luft schwingt. Das symbolisiert einen flüchternden Beutevogel. Und der Pascal ist da gerade dabei, seinen eigenen Jagdstil zu entwickeln. Das gehört ja zum Aufbautraining dazu. Und dann ist das Jagdtraining da durchführt. Ja, und der ist halt wirklich schon im Jagdmodus unterwegs, stürzt sich da herunter aufs Federspiel. Die Falken sind sehr selektive Jäger. Wenn wir in einen Vogelschwaren hineinstoßen, wir erkennen sofort, welcher Beutevogel alter oder krank ist oder geschwächt. Und der wird bejagt. Und die Taktik ist dabei, die Beute müde zu fliegen, immer wieder anzugreifen und so lange zu attackieren, bis sie erschöpft ist. Falken sind ausdauernde Jäger. Richtige Langstreckenflieger, die haben sehr viel Kondition, die die Beute immer wieder angreifen und so lange verfolgen, bis sie erschöpft ist. Er steigt wieder auf, bringt sich in eine gute Position. Er atemberaubend wieder herunterstürzt. Der Schwung nimmt er gleich wieder mit. Jawohl, super, Abschluss der Jagdtraining. Das zeigt dir, man wollte verzehrt, er blickte sich ganz aufmerksam um und kontrollierte den Luftraum, dass da niemand zu nahe kommt, der das streitig machen könnte. Er hat ja schon mal hoch in den Osten rausgeschaut, vielleicht hat er irgendwas gesehen, was uns noch gar nicht auffällt. Aber er hat so scharfe Augen, dass er da sofort etwas erkennt, auch wenn es noch ganz weit weg ist. Ja, sollte dein Seind auftauchen und ihm zu nahe kommen, um ihm das zu stehlen, das würde der Pascal verhindern, weil er hat genug Zeit, um sich selbst und die Beute in Sicherheit zu bringen, um das woanders zu verzehren. Und der Luft auf der Faust, da wird jetzt die Mahlzeit in aller Ruhe fortgesetzt. Und weil das jetzt einwandfrei geklappt hat, möchten wir Ihnen einen Pascal noch aus nächster Nähe zeigen, dass Sie sich einen jungen Wanderfalken mal ganz genau anschauen können. Von oben bis unten, alle unterhalb der Augen, ein Backenbart, ein dunkler Streifen, das sich da quer durchs Gesicht zieht, bis zum Hals. Weltweit gibt es 60 Falkenarten und fast alle sind an diesem Backenbart, unterhalb der Augen, gut zu erkennen. Eine braune Befiederung und vorne auf der Brust ist er von oben nach unten getrotzt, das ist das Jugend-Federgleiter-Wanderfalken. Adulte Wanderfalken, die sind ganz grau befiedert, anthrazitgrau und vorne auf der Brust quer. Wenn sich eine Eule im Revier umblickt. Es entspricht nicht der natürlichen Lebensweise von Eulen, dass man die tagsüber bei ausgedehnten Segelausflügen über offener Landschaft beobachten kann, sondern Eulen, das sind Jäger des Waldes und der Dickung und bestrebt, so wenig wie möglich auszufallen. Und wenn Sie einen Positionswechsel vollziehen, dann geht es dann immer ganz knapp über die Arnoberfläche hin, um hinzuhören, was man hört, wenn Sie den Eulen unterwegs sind. So, da schaut er mal ganz aufmerksam Richtung Nordosten. Vielleicht ist mir etwas aufgefallen, was wir noch nicht sehen. Der Adler, der gestern nicht zurückgekommen ist, vielleicht fällt ihm der auf, dass er da hinten im Baum sitzt. Ganz gespannt, schaut er dann in Nordosten hinein, dass wir das entdeckt haben, was uns noch nicht aufgefallen ist. Es ist ein Gerücht aus einem weiches und flauschiges Gefieder, zudem sind die Deckfedern kammartig gefranst und ausgezahnt. Und wenn Sie mit diesen ausgefransten Federn durch die Luft streichen, da erzeugen Sie ganz, ganz viele. Diese weiche, flauschige Gefiederung, die wir wirklich von Kopf bis Fuß, sogar rund um den Schnabel sind viele kleine Federchen. Und auch die Zehen sind befiedert, bis zu den Krallen ansetzen. Punkt, klar, nur beim Lukas. Auch den Rasputin möchte ich Ihnen jetzt noch gerne aus nächster Nähe zeigen. Und der Rasputin, der bei uns in den Wäldern zu Hause ist, und innerhalb der Eulenfamilie, ist der sibirische Uhu der größte Vertreter und drei Kilogramm schwer. Ja, schauen Sie mal an seine wunderschönen Augen, eine kleine ganz bezaubernde Augenfarbe, fast zum Verlieben, finde ich. Und viel viel Schach, so wie wir es gerade brauchen, zu zahlen. Ja, damit dürfen wir den Rasputin aus der Arena wahrziehen. Was der Name vermuten lässt. Und unsere Milane, die sind schon bei der Voliere gestartet, weil sie momentan hinter der Osttribüne unterwegs sind. Drei, vier, Milane, die hat schon... Wir machen da eine gute Thermik, die Sonnenstrahlen hier, während die Luftwagen mit Luft dehnt sich aus, wird leichter, steigt nach oben. Und das nutzen die Flögel gerne aus. Und eine ganze Energiespanne, eine perfekte Segelwetterlage ist. Und auch der Art, klar, der da aufgetaucht ist, ist der Artur, nämlich, der ist gestern nicht zurückgekommen. Der ist jetzt wieder aufgetaucht. Ich vermute, er hat die Milane gesehen, hat sich gedacht, aha, das ist was los. Milane, zeigen einen, das ist eine gute Segelthermik. Wie es gehört, dass die hoch oben sind, denkt er sich, diese einfachen Segelflugbedingungen, das kann er auch ausnützen. Und oben, wie er sich da reingeschaut hat. Der Steinadler, das ist ein Grifftöter, der die Beute erledigt mit einem festen Griff in den Fängen. Dabei entwickelt er eine Druckkraft, die viermal so stark ist wie die menschliche Druckkraft. Und die Hinterklau ist 10. hinter der Tribüne unterwegs. Und es sind mögliche Beutekonkurrenten, mit denen möchte er sich die Beute auf keinen Fall teilen. Also wie Verteidigter bis zum Schluss sollte dann ein zweiter Steinadler... Und auch in der Natur kommt es immer wieder dazu, dass sich Steinadler gegenseitig sehr, sehr schwer verletzen, beziehungsweise um die Beute streiten und dann fühlen das... Und jetzt wirklich gut aufpassen. Das ist ein großer Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück, der kann nicht schlafen. Perfekt, den Applaus, den hat sich der Lukas jetzt wirklich verliebt. Und jetzt mit Sicherheit... Ja, und damit dürfen wir den Arthur aus der Räder verabschieden und dem Lukas einen kräftigen Applaus geben. Schön, dass er wieder da ist. So, wenn ihr diesen Geschenkartikel bei unserem Verkaufsstand unterstützen, unterstützen sie die Pflegestellung der Reinerlösung der Eins-zu-eins-en-Findlinge zugute. Und unserem Verkaufsstand gibt es zum Beispiel ganz informative Sachbücher zur Greifvogelwelt, auch einen ganz praktischen Naturführer. Den habe ich selber in meinem Rucksack eingeschickt und irgendwo im BR unterwegs bin, den gebracht, den Cherry und im Anschluss die Möglichkeit für alle, die das selbst einmal ausprobieren möchten, wie sich das anfühlt zu einem Vogel auf der eigenen Faust sitzen zu haben, können sie im Anschluss gerne bei uns ausprobieren. Dabei kann man sich den ganz genau anschauen von oben bis unten und jede Menge Fragen stellen. Wir Falkner, wir stehen Ihnen jetzt Reden und Antworten und Sie können viele Erinnerungsfotos machen. Also es soll ein tolles Erlebnis werden für Sie, aber dabei helfen die Pflegestation finanziell zu unterstützen. Wir bitten um einen Spendenbeitrag von 2 Euro, der auch gern höher sein darf. Spendeinsätze haben in der Falkner Tasche Platz. Die Jenny kommt noch mit einem Turm. Ja! Eine Hand auf die linke Hand! Keine Angst! Ich weiß nicht! Das ist schon! Das ist schon! Vielen Dank.